Wow Ah, wie die erste. Nur schlimmer. Wow, Spawner! Geh, nicht hinter mir, hinten nicht hinter mir sein. Den bin ich ja grad gar nicht. Alle Spawner zerstören? Von mir aus. Brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Falling Nights brauchen wir nicht. Hab ich ja auch grad kaputt gemacht, ich bin ein Ergen im Unterkrieg. Was? Hä? Der hat mich gewone-hitted. Ja. Ne, ich hab keinen Bock mehr. Ich hatte, weiß ich wieviel Leben noch. Der hat mich einmal geschlagen und ich war tot. Ja. Jetzt hab ich kein Leben mehr und ich bin Game Over. Jetzt bin ich traurig von diesem Spiel. Mann, voll frustrierend. Weißt du das eigentlich? Hm? Voll frustrierend. Jetzt bin ich Game Over. Ich hab dich noch nicht unbanned. Warte. Ne, brauchst du mich jetzt auch nicht mehr unbanned. Kannst du mich unbanned? Dann können wir pause, Mann. Das ist frustrierend. Der hat mich gewone-hitted. So, jetzt unbanned. Der hat mir einen Schlag in die Fresse gegeben und ich war tot. Sagst du, wenn ich dich porten soll, ne? Ich will nicht mehr geportet werden. Das ist frustrierend. Oh Mann, ey. Katastrophe. Nein, Mann. Warte, 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 warte. Jetzt, 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 jetzt. Oh, dieses verkackte Spiel. Ich bin traurig, weißt du das? Du bist traurig, ich weiß. Das Spiel macht mich traurig. Klick-to? Nein, ich hab keine Invites. Ich hab noch nicht meine Party-Invite. Also, nein, bla bla bla. Man kann sogar sehen... Okay, boy. Man kann sogar sehen, wie man... Du bist elfmal gestorben, ist okay. Ja. Du bist sogar einmal mehr gestorben als ich. Und der Typ steht sogar auch hier mit einmal tot drin. Ich weiß, hab ich noch gesagt. Und schon. Du bist elfmal gestorben. Also hab ich, äh... Ein Tod weniger, okay? Quashed. Suffocation Fire. Du musst mich noch inweiten. Du musst mich in die Super-Party einladen. Party, Party, Disco, Disco. Heute ist der Runde, okay? Ja, gleich im Moment. Ich weine. Das Spiel frustriert mich. Wir haben gar kein Radius und Spielsender. Ähm... Da ist ja schnell gestorben. Ja, ein Hit und ich war tot. Wieder da unten? Ja. Ja. Nein, nein. Ich sammle gerade hier Kürbis und Aluminium ein. Ey, das ist auch kein Wunder, dass das hier alles so spawnt, ne? Warum? Hast du die Erde gesehen? Ja, Quashed Earth. Aber darunter ist auch eine Kiste, ne? Hast du schon gesehen? Hä? Ja, deswegen, ja! Er hat einfach zugehauen, der Wichser. Deswegen, du warst sofort tot! Äh... 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 Der Inventar. Ja, ich weiß. Und ich kann dich nicht in die Party anladen. Weißt du das eigentlich? Dieses Spiel ist frustrierend! Entbann mich doch erstmal, du Knochen! Ich weiß es doch nicht, wie das geht! Lech, pardon! Äh... Pan. Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Flash, Pa, Tab und dann taucht das Ganze raus. Pardon, don't send us black. Okay, hab ich. Ey! Und ich wollte eben eigentlich noch ein paar Herzen zufrieden. Ja, das hättest du eher machen sollen! Ich kann dich noch nicht mehr in die Gruppe einladen, weißt du das eigentlich? Ach ne, das geht ja gar nicht, wir müssen ja wieder eine neue Gruppe aufmachen jetzt. Ja, aber haben wir dann die ganzen Questen noch? Ja. Ja. Also muss ich jetzt Leave Party. Bleibt meistens noch eine Party drin. Okay. Weil die Dinger sind ja da, das hab ich ja gesehen, die Questen. Weißt du, was das Spiel ist? Das ist frustrierend. Aber nicht nur einfach frustrierend, nein, das ist doppelt dreifach frustrierend. Oh ne. Ich möchte jetzt den Flash-Hoot-Head aufsetzen, wenn ich voll sad bin. In diesem Mad-Spiel. Du siehst irgendwie so nackig aus, hast du eigentlich was verloren? Meine schöne Spitzhacke. Ja, meinst du, wie mit mir es geht? Ich steh mit der Batterie drauf, die Proge. Ja sicher, und die hochgelevelte, ne? Ja. Ah, ja, 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 ja. Ja, das ist das Spiel. Fies und gemein. So. Auf in den Kampf. Für das fiese, miese Spiel. Aluminium Ingots. Ja, die kann man gleich mal wegpacken. Sagen wir, wenn du ne neue Party machst oder so. Oder ich die verlassen soll. Weil du mal bräuchtest eigentlich so einen umparteiischen Dritten hier drin. Der einfach nicht stirbt. Ja, eigentlich schon. Das war so ein zweiter Account. Ja, ich würde eigentlich gerne durch die... Ich würde eigentlich gerne durch die Party aufmachen. Der die Party aufmacht dann noch. Ja. Muss mal aus der Party ausdrücken, sonst kann ich den nicht einladen. Okay. Okay. Sag, wenn du hast, ne? Hab dich. Okay. Jo, dumm, dumm. Ja, wir sind wirklich dumm, dumm. Die Questen sind aber noch da, ne? Ja. Boah, das hätte mich jetzt geärgert, wenn alles weg gewesen wäre. Oh. 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 Ähm. Da steht nicht über Klein Reward 9, ne? War so, ne? Guck dir mal die ganzen Quests an. Wir können die alle nochmal abschließen. Okay. Okay, sagt er. Alles klar. Mach ich gerne. Ah, ne, warte. Wir kriegen aber keine Geschenke dafür, sich gerade. Hä? Wir kriegen, glaub ich, keine Geschenke dafür. Ja, wir müssen die halt nur nochmal... Gerade. Ich dachte gerade auch nur Geschenke nochmal. Yay, der geilste... Der ist doch nicht nervig. Nein, überhaupt nicht. Dieser Sound... Wir sagen das, wenn du schnell genug bist und der Sound, wenn man sich hinter da kommt. Boy. Der Sound im Moment. Wir haben mir kurz den Sound ausgemacht. Ach warum? Jetzt mehr. Hast recht. Da ist er. 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 Back... Alles nochmal neu machen. Aber besser als wie beim letzten Mal. Aber ich hätte die ganzen Packs jetzt gerne gehabt. So nochmal. So als kleines... Dass wir wieder im Spiel sind. Gutmachung. Das eine würden wir aber kriegen mit dem Wizard Killing. Das haben wir jetzt gerade erst neu bekommen. Ich glaube ich auch... Achso, ja. Ja, weil... Das Ding... Ja. Secrets... Und... Schade. Ach nee, die ganzen Secrets weggelegt. Ja. Ich konnte eine... Die kleinen Quest waren schlimmer. Weißt du gerade die Secrets fertig? Mhm. Echt? Ja. Okay. Warum? Warte, du die für mich gut abgeschlossen hast. Achso. Die Spawner dürfen mir nicht abbauen. Guck mal was da steht. Killing... Sechs von... Also... Killing Zehn... Falling Nights. Superspiel. Du bist auch nicht behindert. Nein. Ja. Ich will nicht. Nur dass wir das schon beim Paar gemacht haben, ne? Mhm. Ja. Wo waren die denn? Ja. In dem einen Chamber da. Direkt im geradeausgang. Wo du gerade gestorben bist mit OneHit. Ne, ne. Ne, ne. Nicht das. Äh. Lost in Time. Äh. Cookies. 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 Ich hab Blaze auch und wir haben die Base Spawner gerade gemacht. Ja, aber ist das, äh, bei Lost in Time? Ah, scheiß drauf. Machen wir jetzt den Schluss nochmal. Wo ist das denn? Bei Secrets oder was? Hä, wo ist es denn? Oder bei Back to Win? Das ist ja egal. Ja. Back to Win, ja. Das ist ja nicht. Machen wir halt die Spawner-Spiele. Du weißt, dass die immer wieder kommen, ne? Centros? Was? Diese Pikman-Quests und sowas. Die kannst du immer alle vier Stunden machen. Wenn die abgeschlossen ist. Das ist eine wiederholende Quest. Steht, Leute. Cool, dann auf Compilation. Null Days, Five Hours. Oder Vorhaus. Also das ist eine wiederholende Quest. Das ist ja, Leute. Ich weiß einfach wieder ein Sch... Alter, ich hab glaube ich da hinten was. Mein Degger in der Luft klebt auch nicht mehr. Was hab ich denn hier noch? Headshot, Hammer. Ah, Scheiß, was die sind. Oh, ist das ärgerlich. Ärgerlich. Back to Win haben wir 6-2-A bei Compress-Cookie jetzt. Fertig. Chewycanc. Did du Alt Compress? Ja, alles klar. Hat doch was. Ja, ja. Kann ich schon mal machen. so Da sieht die guten Pfecke aus, die sind schon weit da rausgeguckt, voll. Nee. Wow, die machen Schaden! Zendus, die machen Schaden! Weg! Geweck, Alter, der macht ja Schaden! Ich hab die Shoe-Weekends grad genommen. Okay. Aber in der Mitte ist ein Runtergang, da hab ich nämlich grad ne Leiter von gekriegt. Ach nee, ich weiß, hab ich schon gesehen. Haben wir noch Shoe-Weekends? Shoe-Weekends! Oh, wir haben noch hier diese. Nice, okay. Alles klar, ich komm wieder! Ja, mach mal. Ich kann die ja verwerfen, die Dinger. Maximal 20 Leben. Hä? Du bist grad geflogen. Ich war noch nicht mehr in dem Ding drin und war tot. Aber du hast doch nicht Leben gemacht, oder nicht? Okay. Ein Live-Setting in the way live-setting. Mama! Können wir ne Pause machen? Ich hab in the way... Ich hab so die Lehme eingestellt, dass sie da welche... ... hat. ... hat. Mano! Komm ja so wieder rauf und komm mal her. Können wir ne Pause machen? Dieses Spiel ist Mobbing. Mano! Wie, ich war noch nicht mehr in diesem Ding drin, aber ich hab dieses Messer gezückt und war direkt tot. Ja, ja. Das hier schminkt. Mann! Das ist nicht mies! Das ist scheiße! Sag, weil ich nicht Pause kann. Ich muss erst mal gucken, wo das Ding ist wieder. Ich such das immer. Weil der jemand die Gloucetons abgebaut hat. Jetzt kann man sich noch nicht mehr daran orientieren. Nein, die Gloucetons sind weg! Warte! Warte! Hast du drin? Warte, warte! Ja, ja, ja. Jetzt potte mich schnell! Ich hab Angst, die Männer mit den langen Armen. Warte, ich muss erst wieder ein Buch haben. Ich hab bald keine Questbuch mehr, wenn ich so weitermache. Doch 15 Stück haben wir noch. Dann geh in Game Mode und mach erst mal Leben. Ich hab zwei... Entweite mich erst mal. Ja, Moment. Weil jeder hat in Duel jetzt Leben. Oh, Mann, ey. Kannst du mir nicht eben 10 zuschmeißen oder so? Ah, da, Dummlum. Ah, da, Dummlum. Warte. Bei mir steht... Bei mir steht... 255 Leben! Soll ich den Screenshot zeigen? Ne, ich glaub's dir. You can cruel and die elf times. Also ich kann jetzt elfmal sterben. Okay. Gib mir irgendwas zum Werfen. Ich will die Dinger abwerfen. Shuri Ken. Boah! Shuri Kenz! Wenn du dir keine Läden gibst, dann bist du eh gleich schnell tot. Shuri Kenz! Shuri Kenz! Der Hunger! Ich weiß, dass ich so ne Schwerte mitgebracht hab. Also so eins, was ich schon vorhatte. Uuuuuhh! Da war ständig viel geopfert gehabt vorhin. Geh weg! Geh weg, ich hab keine Shuri Kenz mehr, ich hab noch einen. Zum Wehren! Zum Wehren! Tschüss! Mein Gott! Stimmes Kacka! Kacka? Okay. Zwei müssen wir noch töten. Da gibt's bestimmt noch ein paar Shuri Kenz drinnen. Shuri Kenz! Jawoll! Bornier halt immer wieder neu. So! Ich brauch irgendwas zum Essen. Wollen wir denn was zu essen noch? Kuchen! Nein! Ganzes, gleich ist weg. Gute Baken, ne? Ja! Als kam wieder meine Frau, boah, diese Todespunkte die muss ich erstmal löschen, ey, das ist sehr nervig, ich finde ich richtig raus. Können wir die nochmal löschen? Wo war denn das Ding auch hier? Ne, kennst du, wo war denn nochmal map? V? J jetzt sind die optionen anscheinend falling nights wie viel falling nights müssen wir gehen zwei noch ich lasse mitgebracht ja wir haben alle ein gott likes wort jetzt dürfen nicht sterben was war das ist gewittert nicht der sturm ist da nein überhaupt nicht ich habe 40 prozent gekillt sind alle da bei mir nicht jau sei doch mal auf drogen mein freund das geht nicht ich sag doch du musst dir selbst leben hinzufügen ich will eine pause das mob mich ich muss sie selbst killen mann ooo kann ich mir in dieses in the way hier einstellen ja aber will statt ich kann noch elf mal sterben hard life hard life machen sie mit Sicherheit nicht das warum ist das spiel so kacka weil es kacka ist weil du könntest ja nachher gucken ob du die 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 inventory dinge reinkriegst wieder ne kriegt man wahrscheinlich nicht ist doch beim letzten mal auch geschafft haben wir das war das mobbing spiel das lief so schön jetzt wird man nur noch gemobbt du blöde schwein kannst du mich porten das hier du hast die dir verrankte So, mach mein Magnet ist auch etwas voll. Genau, der Magnet ist mir auch weg. Es ist alles weg! Und weißt du warum? Werd ich mir nicht sagen! Ich lass dir erstmal die offene Wänden und sag' Bis zum nächsten Mal bei Mycroft Metaory Energy! Hier! Mit Flash! Mit Centus! Aua, der verkloppt mich und mobbt mich! Wie immer! Tschüss!